Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted mit mir den Jan. In der letzten Folge habe ich hier das Fragment oder so aufgehoben. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken, wo ich hinfahre. Ich fahre jetzt hier unten unter dem Pfeil durch die Schlucht oder so. Das wird wahrscheinlich ein Wasserfall oder so sein. Und dann zu dieser Münze da unten. So. Ich muss erst mal über den Weg gehen. Ja, hab recht. Da muss ich jetzt etwas von da oben bekommen. Und jetzt muss ich geradeaus an diesen Werken gehen. Hier oben. Aber hier ist es noch richtig, oder? Nein, hier bin ich komplett falsch. Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme. Ich kann never ever wiederkommen. Aber ich muss sogar hier. Nein, ich muss hier. Schön. Hier geht der hier. Und jetzt hier, wo wir wieder in die Wasserkiste kommen. Nur einen Moment. Ich kann warten. Kommt die hier hoch? Nein, natürlich nicht. Hier. Nö, aber hier komme ich auch nicht hoch. Ich will mal diesen Weg finden. Aber schön, dass hier irgendwas so langsamer gehen muss. Hier komme ich auch nicht hoch. Das ist ein schöner Alephant. Elefant und Stein. Heißt, ob ich hin und so hoch komme. He? Wo muss ich hin? Wie komme ich denn da rein? Kann ich mich da irgendwie hochziehen? Hier geht es nicht. Nein. Von da oben? Kann ich nicht auflegen, weil... Aber ich schaffe das nicht so hochzuschmeißen. Das ist ja auch nicht... Ah, okay. Irgendwo muss ich hier hin? Irgendwo muss ich hoch. Da geht es auch nicht hoch. Ich muss irgendwie da auf dem Stein drauf. Das sieht so aus. Sieht aber nur so aus. Ja. Erstmal bei oben. Welche Wunder warten. Jetzt hier hoch. Nein. 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 Warum kann ich das nicht einfach hochschmeißen? Ich muss mich hier lang kängeln. Achso, da geht's hoch. Ja, okay. Jetzt hier. Das wird ja gleich toll. Wahrscheinlich muss ich gleich wieder hier hoch. Dann mal rüber! Boah, ich hab's geschafft. Ich bin nicht runtergefallen hier. Boah, ey. Wo ist die denn jetzt gegengeknallt? Gegen die Pflanzen? Da ist noch ein Teil, wo gewann ist. Boah, war das knapp, ey. So, und jetzt brauche ich eine Granate. Was wäre, wenn ich keine Granate hätte? Hab ich gerade hin? Ich hab die Munitionspacks, glaube ich, nicht mitgenommen. Weiß ich nicht. So. Jetzt brauche ich noch zwei. Weil, warum ist das gerade für unscharf? Nee, ich brauche mal Viehmünzen. Und dann fahr ich... Wo war das denn nochmal da? Hier oben. So. Jetzt fahr ich noch da unten. Also ich fahr jetzt so. Verstanden? Nee, ne? Guck mal, da hinten ist ja nicht so. Hab doch... War doch nicht schwum und hab gedacht, da wäre einer gewesen. So. Eins. Zwei. Und drei. Und? Und ist da noch eine... Ach, was für ein Wunder. Was Interessantes gefunden? Sag's mir nicht. Du hast noch eine Andeck gefunden. Ding, ding, ding. So, dann müsste ich jetzt in der nächsten Insel kommen. Da sind wir. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Das Zeichen. War plötzlich. Nee, da ist das nächste Ding. War das jetzt immer genau an dem Punkt? Ja. Das lag immer da, wo man auf der Karte ist. Da muss das ja hier unten sein. Ist das doch da hinten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier unten ist. Das sieht aber nicht so aus. Und hier hoch. Oh nein. Da muss ich wohl jetzt... ...da hin und versuch's mir dort auszulösen. Nein. Da muss ich nicht hin. Hä? Hä? Was ist das denn hier? Hä? 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 Nee, bei dem Elefanten. Aber wie komm ich da hoch? Hä? Ja. Deine Ichinion, ist doch einfach fertig harbor. Da muss ich gerne einfach so aus anderem nehmen gehen. Ich weiß nicht, dass ich das rauskriege habe. Ich weiß nicht, dass ich das rauskriege habe. Ah! Ich weiß nicht, wie ich das weg. Das ist ja falsch, hier. Und warum kann die Karte hier nicht öffnen? So. Diese Insel. Es ist 100 Ton, diese Insel. Aber. Das geht nicht hoch. Das geht nicht hoch. Warum kann ich das nicht? Oder es ist unten. Los geht's. Das geht nicht hoch. Das geht nicht hoch. Keine Ahnung. Moment mal. Geh nur. Da kann ich unten tauchen. Das geht nicht hoch. 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 Und es war genau da, wo es eingezeichnet ist. Das geht nicht hoch. Das geht nicht hoch. Das geht nicht hoch. Tschau. Das geht nicht hoch.